Also hier ist der Bamboo, das große Riesenbaby, das ich hier in der Gruppe laufen lasse. Er hat sich sehr gut eingefügt. Er ist natürlich jetzt hier der Neue. Alle anderen kleben an seinem Hintern und schauen einmal, wer er ist. Bamboo! Ich kenne seinen Namen anscheinend noch nicht. Also hier ist der Bennet, Olli, Freddy. Also sie haben alle ein bisschen, sind sie natürlich jetzt aufgeregt, aber wir werden ihn hier bei uns lassen. Er wird jetzt jeden Tag hier rauskommen und das wird ihm sicher guttun. Also Bamboo ist ganz begeistert von all den Gerüchen und von der Ablenkung hier, weil es ist es wirklich eine Großhaftigkeit, ihn dort alleine zu lassen. Es ist ein junger Hund, er ist komplett isoliert und alleine. Und ein schöner Hund ist das. Bamboo! Der Namen sind Schall und Rauch, den kennt er noch nicht. Wie gesagt, die Gruppe hat sich auch schon wieder zerstreut. So interessant ist es jetzt auch nicht mehr. Ja, also hier hat er mehr Ansprache. Das freut mich für ihn. Das freut mich für ihn. Ohja! So� This ist natürlich eine Durárung.